Ein herzliches Hallo von mir an euch! Was ist die Fäule? Hat sie die Katze? Und jetzt wieder Tüffler? Jo, ist die Fäule! Upsi! Check Palette ist weg! Upsi! I'm sorry! Rettet mich jemand! Ich hab ein leuchtendes Totem gefunden! Hilft mir, Dore! Ich bin ein Ashley! Ja, er weiß, dass ich gerne umdrehe und... Naja... Hey! Hey! Wieso ist nicht schon ein Generator in der Zwischenzeit angegangen? Ernsthafte Frage, liebe Mates! Gut, dass die in der Jagd jetzt hier hinterkommt! Richtig innerbar! Er bleibt weit genug weg! Nicht, dass es aufgezerrte Hoffnung ist, was der hat! Ah, du hast die für das Volk Aufgabe! I understand! Muss ich auch noch machen! Upsi! Ich muss Haken sabotieren, übrigens! Deswegen... Wir sind verflucht! Was haben wir denn... Moment mal, hier ist ein Totem gewesen! Der Tüftler... Hat der doch Tüftler? War der gerade lautlos? Was winkst denn du? Der ist gar nicht da! Der ist gar nicht da! Ja, der wird hierher kommen! Ja, stopp! Hilfe! Also, die erste Jagd war besser! Geht dir da auf näher? Das ist tatsächlich die aufgezerrte Hoffnung, Leute! Deswegen ist der vom Haken immer direkt weggegangen und hat nicht gekämpft! Deswegen hat er... Als ich am Haken hing und die Mia nur zum Jagen kam, ist er nicht drauf eingegangen! Glöde, das Totem ist hier! Wenn es das Letzte ist, was ich tue! Ich werde noch mindestens einen Haken sabotieren! Ich werde noch mindestens einen Haken sabotieren! Oh, es ist immer noch da! Mori! Schon ist er da! Verletzt! Kacke! Und Ashley ist halt auch nicht gerade leise, muss man dazu sagen! Ashley ist so... Hey, Killer! Ich bin verletzt! Hörst du mich? Ich bin hier! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Erst war das Wohnzimmer voll Blut, oder? Wo ist er? Mori! Nee! Warum? Ich dachte gerade, der hat Barbecue... ...und hat mich gesehen! Okay, für die Punkte! Die Luke ist schon da! Aber... Ich kann ja jetzt nicht nachfragen! Oh! Ganz... Das war... Mega gut, gerade... Ich bin nicht mehr One-Hit! Das... hat uns eventuell gerade ein bisschen den Arsch gerettet! Ah, ich hätte warten müssen, bis er losgerannt wäre. Und dann hätte ich in die Richtung, also in die andere Richtung laufen müssen. Aber aufgezerrte Hoffnung, Leute. Ich habe es gespürt. Aber es ist Ashley. Wenn Ashley stirbt, ist es vollkommen okay. Also nicht falsch verstehen. Es geht nur um den Ingame-Charakter. Es geht hier nicht um irgendeine reale Person. Ähnlichkeiten mit realen Personen sind rein zufällig. Ja, schade. Aber wir werden mal machen. Wir sind gestorben. Nächste Runde läuft es vielleicht wieder ein bisschen besser. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und bis dahin macht es gut, bleibt gesund und auf Wiedersehen. Bye, bye. 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 Bye, bye. Bye.